Kawasaki Z400 und Ninja 400 Willkommen bei den Motorrad News. Ein Produktionsfehler beim Spanner der Nockenwellenkette sorgt für einen Rückruf der 2021 R Kawasaki Z400 ABS, Ninja 400 und Ninja 400 ABS. Der Rückruf stammt aus dem amerikanischen Raum. Da Motorräder aber meist in einem Werk für den weltweiten Markt gefertigt werden, könnten auch andere Märkte betroffen sein. Bei der Produktion des Nockenwellenkettenspanners traten beim Wärmebehandlungsprozess Fehler auf, wodurch die Festigkeit des Spanners nicht ausreichend ist. Er könnte unter der Fahrt beschädigt werden und Geräusche verursachen. Im schlimmsten Fall wäre ein Abwürgen des Motors unter der Fahrt möglich, was zu einem Sturz führen könnte. Im amerikanischen Raum werden Halter ab dem 21.12.2020 angeschrieben. Danke fürs Schauen. Wenn dir das Video gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findest du auf Motorcycles.News oder in der kostenlosen Motorrad Nachrichten App für Android und IOS.